Aber warte, warte, lass ihn, lass ihn, lass ihn, oh. Willkommen zurück, meine lieben lumpigen Freunde da draußen und Zuschauer, die eventuell noch lumpig werden wollen, zu einer Runde. Es geht mit dem Leadcraft. Schönen guten Tag. So, wir gehen erst in die Mitte. Korrekt. Okay, wir haben einen Goldapfel, nice. Ist klar, ich seh dich. Lass mal ein bisschen wegrennen erstmal. Ja, lauf vor. Okay, wir wollen den links oder nicht? Ja, alles klar. So, dann ein paar bisschen Rüstung einfach. Okay, pass auf, hinter dir ist hier so einer. Ich habe Angst, dass jetzt die Grace Period aufhört. Oh, scheiß, Artebs, das bist du. Ich bin so richtig gut. Ich habe einen Helm für dich, Arte da. Danke, pass auf, pass auf, der hat den D-Axt hier vorne. Das versuchen wir nicht zu kriegen, weil dann haben wir eine gute Waffe. Ja, dann mach das, bitte. Nice, kannst du mir das Goldschwert geben, schnell? Ja, hier einen Steinschwert hast du. Oh, nice. Ja, hast du einen Brustpanzer noch? Nee, habe ich nicht. Lass einfach probieren, irgendjemanden zu töten, der einen Brustpanzer hat. Ja, müsste auf jeden Fall hinkriegen, weil... Der hier, guck mal hier, der hier, der hier, der... Warte, 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 ich bin ein bisschen zurück, das sind sehr viele Leute. Ja. Nice. Nice, hast du einen Brustpanzer aufgehoben? Ja, ne? Habe ich. Okay. Lass auf den da gehen. Alles klar. Oh, von oben hier? Oh, nee. Hm, den doch von oben. Aber warte, warte, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Oh. Oh, ein Abonnent von der, der hat er geschrieben. Aber da ist ein Team, das ein Team. Versucht. Ja, den, the frozen one, schon, the frozen one ist down. Der ist so gut wie down, heute? Ja, er hätte der ist auch was drin. Der, der dir ist der andere? Den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich. Ich habe den anderen, den anderen. Hast du den anderen? Ja, habe ich ja. Sehr schön. Warte mal. Huuuuh. So. Essen hast du genug, ne? Ja, ja, massig. Also auf dem her, bis essen, ist das kein Problem. Ist klar. Warte mal, die man trackt, ich war gerade, warte mal kurz stehen. Ja, hast du einen DIA noch vielleicht? Ne, leider nicht. Schade. Lass mal auf den nächsten gehen. Den, der da runter geht. Ich gehe mal von rechts zu von links. Machen wir die Flügelzange. Okay, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Pass auf dich auf. Perfekt. So, da oben sind noch zwei. Pass auf, der hat einen Bogen. So. Warte. Boah, ich springe wie so ein Behinderter die ganze Zeit dagegen. Oh, nice. Warte, warte, warte. Okay. Du warst spammt mit dem Feuer. Warte, das bin ich, das bin ich. Äh, ich gehe auf den da hinten. Ne, lass zusammenbleiben. Keine Lust, das ist jetzt noch den auf den Eisenschwert. Oh, hier ist einer mit anderen, nur eine Holzachse, müssen wir locker gehen. Lol. Was macht der für Hits? Kriegst du den Kriegst du den Kriegst hin? Wo darfst du Brüder? Ja, ja, ich krieg den locker. Hä, bist du das hinter mir? Ne, 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 bin ich nicht, bin ich nicht. Oh, gut, das ist ganz anders. Lass uns irgendwo treffen, wo bist du? Ich will nicht sterben. Oh mein Gott, ich habe ihn bekommen. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich laufen, lauf weiter, lauf weiter, geradeaus, 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 geradeaus. Oh mein Gott. Okay, er rennt jetzt, er rennt jetzt, alles klar. Das ist alles, was ich den nicht kriege. Er möchte sich jetzt ausrüsten. Oh, er gibt mir sogar noch einen Hit. Hey, wieso kann ich ihn nicht? Oh lol, wie der geklappt hat bei mir. Ich sterbe. Nice, sehr geil. Sehr, sehr geil. Können wir faires DM machen, oder? Äh, ja, denk schon. Äh, was hast du denn? Ich brauche halt ein Eisen. Wie viele Rüstungswalten hast du denn? Wir haben gleiches Equip. Äh, wir fehlen vier. Guck mal, jetzt sind wir gleiche Equip. Passt auf. Okay, wir fehlen vier. Mit welchem Schwert? Steinschwert? Ich habe auch eine Dia-Axe. Ja, okay, dann lass Dia-Axe angeln nur. Okay, ohne Bogen. Ja. Dann habe ich keine Chance, aber okay. Leben noch, wir beide, ja. Hast du ein FNS? Hast du ein FNS? Okay, Leute. Ähm, hä? Oh. Ja, ich habe ein FNS. Okay, alles klar. Wir fehlen noch zwei Herzen. Sollen wir dann mit einem Feuerzeug-Use machen, oder wie? Ja. So, das wir jetzt einmal benutzen dürfen. Ja. Okay, gut. Äh, ohne Goldäpfel? Jo. Ähm, ja, okay. Dann ohne Goldäpfel nur Dia-Axe-Angel und ein FNS-Use. Jo. Gut, dann. Bin ready. Jo, let's go. War wieviel in der spannende Runde. Auf jeden Fall ein starkes Keyplay gezeigt. Ja, auf jeden Fall. Oh. Hau raus. Ping jetzt. Ich hasse das hier hinter zu kämpfen. Ja, weil das hier so mit den Blöcken eklig ist. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Der ist ein FNS. War richtig gut gesetzt. DJ. Dankeschön. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Rot-Spam, weil sonst habe ich keine Chance. Warte, bis hier die ganze FNS reingedrückt ist. Ich brenne noch. Ne, ne. Ich habe schon gesehen, dass ich nicht mehr brenne. Komm her. Nach dem Motto, lass mich raggen. Komm her. Oh mein Gott, zurückgepackt. Ach, scheiße. Nächster raggen. Nice. Okay. GG an dich. Ich hatte eineinhalb Herzen. Sehr stark. Ich würde sagen, war eine mega spannende Runde. Kann ich auch sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Schaut beim lieben Ladcraft vorbei. Und ansonsten bleibt lumpig. Wir sehen uns in der nächsten Folge.